Musik Wir sind da! Wartet noch einen Moment, ihr könnt gleich aussteigen. Eine Rutsche zum Aussteigen! Dieser Kindergartenbus ist so cool! Juhu! Fahren wir mit diesem Bus auch wieder nach Hause? Ja, der Bus wartet hier auf uns. Aber jetzt wollen wir das Aquarium besuchen. Alle mir bitte nach! Ja! Ich bin schon so gespannt auf die Meerestiere. Herzlich willkommen im Aquarium. Hier beginnt der Rundgang. Auf diesem Flyer ist alles beschrieben. Viel Spaß! Vielen Dank! Als erstes seht ihr hier Fische, die auch so bei uns im See leben. Zum Beispiel im Hafenbecken. Aha! Da kommt eine ganze Gruppe von Fischen. Und da liegt ein versunkenes Fischerboot. Was ist das Rote da oben? Eine Boje. Dann geht es hier weiter mit Flussfischen. Schaut sie euch mal an. Schaut mal, die schwimmen so nah an der Wasseroberfläche, dass man sie berühren könnte. Darf ich auch mal schauen? Klar! Stimmt, echt cool! Hey, mein Brötchen! Der Fisch hat mein Brötchen geschnappt. John, du darfst doch hier drin nichts essen. Es war immerhin ein Fischbrötchen. Euer Essen ist nicht die richtige Nahrung für diese Fische. Sie könnten davon krank werden. Oh, das tut mir leid. Kommt, wir gehen jetzt weiter. Aha, jetzt kommen wir zu den Meeresbewohnern. Oh, hier gibt es ein Telefon. Hallo? Ah ja, das steht gerade neben mir. Ich richte es ihm aus. Der Chef vom Aquarium hat gerade gesagt, du sollst keine Brötchen mehr ins Becken werfen. Sonst fliegst du raus. Was? Haha, reingelegt. Hier ist doch niemand am Telefon. Hier kannst du eine Geschichte über Kraken hören. Mann, Lukas! Hier könnt ihr Seesterne und Krabben sehen. Darf man die anfassen? Ja, aber nur sehr vorsichtig. Oh, wie schön! Ein Krebs, cool! Lukas, schau mal! Halte, leg den Krebs wieder hinein! Autsch, jetzt hat er mich noch gezwickt! Das sind Rochen. Stimmt. Und wisst ihr, was das ist? Ihr könnt es gerne mal in die Hand nehmen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein Rochenei. Wow! Wow! Ich mag ja die bunten Korallenfische am liebsten. Die finde ich auch schön. Oh, schau mal die Quallen. Wie die leuchten. Manche Quallen sind echt gefährlich. Die darf man nicht berühren. Oh, und schau die schönen Seepferdchen. Oh, wie süß! Die mag ich auch sehr gern. Hier gibt es nun einen besonderen Aktionsbereich, nämlich eine Meeresschildkröten-Rettungsstation. Oh, sind das Plastik-Schildkröten? Ja, richtig. Wir gehen jetzt die Station zusammen durch. Am besten, ihr nehmt immer zu zweit eine Schildkröte. Stellt euch nun vor, ihr hättet diese Schildkröte am Strand gefunden. Sie ist verletzt und ihr wollt ihr helfen. An der ersten Station müsst ihr eurer Schildkröte einen Namen geben. Wie sollen wir sie nennen? Hm, vielleicht Ozeania? Ja, das klingt schön. Ich schreibe es hin. Und wie soll unsere heißen? Super Schwimm-Shildi! Das ist zu lang. Dann Super Schildi! Okay. Sie soll Rosi heißen? Nein, Ninja Turtle! Nein, das ist doof. Dann nennen wir sie Herr Pauli. Na gut. Und an dieser Station müsst ihr sie wiegen. Gut, dann legen wir sie mal auf die Waage. Vorsicht! Hier kommt Super Schildi! Mensch, Lukas, wir sind gerade noch beim Wiegen. Stellt euch hinten an. Es steht hier, dass Ozeania zu wenig wiegt. Sie muss gefüttert werden. Das müssten wir in dieser Station machen. Was gebt ihr eurer Schildkröte zum Fressen? Tippt das richtige Futter an. Oh, kriegt sie Wasserpflanzen? Schon möglich, aber vielleicht auch kleine Krize und so, oder? Probieren wir es aus. Gut, wir haben alles richtig. Eure Schildkröte muss nur noch untersucht werden, denn ihr geht es gar nicht so gut. Hier könnt ihr herausfinden, was sie hat. Legt sie dazu einfach in das Röntgengerät. Ist das ein echtes Röntgengerät? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist alles nur ein Spiel. Ach so, dann lege ich Ozeania hinein. Dann muss ich hier drücken. Jetzt steht hier, deine Schildkröte hat eine gebrochene Flosse. Oh, die Arme! Wie verarztet ihr sie? Mit einer Salbe, mit einem Verband oder mit einem Pflaster? Einem Verband oder vielleicht auch einer Salbe? Ja, prima. Unsere Schildkröte ist bald wieder gesund. Wir dürfen sie wieder am Strand aussetzen. Gut gemacht. Super. Und wie sieht es bei euch aus? Super Schildkröte ist jetzt gefüttert und ist so stark und schnell wie noch nie. Habt ihr sie denn auch geröntgt? Nein, muss man das? Ja, ihr solltet eigentlich schon alle Stationen machen. Oh je, Super Schildkröte hat sich die Nase gestoßen und eine Verletzung an der Hinterflosse. Oh je, Tatü, Tata, Super Schildkröte muss dringend in die Notaufnahme. Mann, ihr Jungs macht nur Quatsch. Dabei ist das eigentlich ein ernstes Thema. Viele Schildkröten werden im Meer verletzt. Ja, schau, sie bleiben in Fischernetzen hängen oder sterben am Plastikmüll, der im Meer herumtreibt. Denn sie halten Plastiktüten für Qualen, die sie so gerne essen. Ja, das ist wirklich schrecklich. Das stimmt, wir haben Super Schildi ja auch gerettet. Sie ist jetzt wieder gesund und darf zurück ins Meer. Dann ist ja gut. Und jetzt gehe ich unserem Herr Pauli mal die echten Schildkröten zeigen. Schau, hier kommt eine. Schau, nur die großen Schildkröten. Oh, oh je, Herr Pauli ist ins Wasser gefallen. Was? Super Schildi kommt und rettet ihn. Ah, ich hab's gleich. Oh nein, was soll das? Du hast mich mit reingezogen. Was sind hier für Fische drin? Ich hoffe nicht die Haie. Und hier könnt ihr nur noch echte Wasserschildkröten sehen. Hä, Lukas, Malte. Ihr sollt dann keine Wasserschildkröten. Was macht ihr denn hier drin? Kommt sofort raus. Mann, ihr zwei immer. Wir hoffen, euch hat unsere Geschichte gefallen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.